so also ich habe versucht ein charakter herzubekommen wo praktisch unter wasser läuft aber ich finde ihn nicht wir brauchen den ich habe jetzt einmal ein gold rasko und es ist sicher golden gibt es ja bitte alle ein und wir werden den nahe in den 100 prozent dann schon kaufen dass er vergeschalten wird und es ist bw 656 es ist ein charakter der unter wasser laufen kann wo auch silberne sachen zerspringen kann und er heißt ja copy und das müsste er hier sein ja copy wirst du da der den finden waren sie es sollten und er kann zum beispiel auch diese sorgen sehr sprengen unter wasser ist deshalb brauchen wir den auch so und da haben wir nämlich da auch seine objekte wenn wir natürlich nachgehen und es ist unter wasser atmen so das war die letzte folge heute am 19 april 2020 morgen kommen weitere folgen morgen machen wir den letzten teil von 5 1 fertig und ja so haben wir jetzt schon auf 50,3 prozent auf drei tage das ist ja schnell und ja auf wieder schauen